Welcome Hi Ho meine Lieben Und hier geht es jetzt gleich weiter bei G's Cooking Show Das ist nämlich jetzt der zweite Teil Der Tag euch im ersten Teil nämlich ja nicht verraten Weil wir haben uns gedacht Machen wir auch mal was ohne Alkohol Also Putenbrust Und machen dazu eine Marinade Nämlich schön mit ein paar Erdbeerchen Ein bisschen Salz, Pfeffer Curry braucht ihr noch dazu Und süßen Senf Drei Knoblauchzehen und ein bisschen Öl Wir haben jetzt hier Rapsöl Das Ganze schnippeln wir mal wieder klein Vermengen das wieder eben bis zwei Tage im Kühlschrank ziehen lassen Und dann habt ihr eine richtig leckere Fruchtige Marinade zu eurer Pute Oder zu Hähnchen Also zu hellem Geflügelfleisch Dann fangen wir an Und alle weitere seht ihr dann Okay Genau Drei So So Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.